Was ist hier passiert? Was war das? Oh nein. Elie, komm runter. Ich habe gelernt, zu schreien. Du hattest eine gesamte Flock und du hast nichts. Ich wusste es doch, dass hier noch Leute kommen. Ich wusste es doch. Wenn du einige Übungen möchtest, bin ich mehr als gut, um dir zu helfen. Ja, egal. Wo sind diese Leute? Sie sollten hier sein. Nein, sie sind auf dem Wegweg. Ich würde mich nicht überrascht, wenn sie noch ein paar Touristen kümmern würden. Ich würde mich nicht überraschen, meine glückte Flocken. Schauen wir mal, ob es nichts gibt, während wir ihn warten. Es ist nichts hier. Los geht's. Lass uns das nehmen, okay? Ich sehe was, ich habe etwas gesehen. Ich habe vor allem, ob du dasiberalst ahora queemosols, ¿verts? Kann ich bro handc צרições отца? Lass uns das thyme сделать. Lass ici an. Wahl, bir taille. Entschuldige uma popнев adult. auf cocktail so nicht kollege ja das nehme ich mit das ja auch das ist hier hinten das habe ich ja noch nie gesehen hier und siegelstein dankeschön nach voll habe ich schon alles klar ein messchen hier nicht hier hoch nee irgendwie musste ich da war hier ist das drin kann ich ein einzelteile mehr für mich dankeschön nämlich alles mit und noch so zettel viel spaß beim lesen youtube muss reichen was was willst du und da geht's rein in boston Trotz mir, es passiert immer so. Ich höre, Hörer. Ja, ich auch. Bleib einfach, während wir in diese Bereich gehen. Ja. Hey, hey, hey. Ich komme nicht hier. Guck mal da drüber. Hey, was war das? Sei vorsichtig. Ja, das war falsch. Ich hätte sie in die andere Richtung gucken lassen sollen. So zum Beispiel. Verdammt. Geh' ihn! Was ist denn da? Da sind auch noch welche. Jesus. Ich geh' mal da hoch, ne? Tschau, Leute. Ist hier auch jemand? Es sind auch noch Leute. Guten Tag! Dankeschön. Was? Hier ist doch gar nichts. Das gehört mir. Und das hier auch. So, wo sind's? Wo seid ihr? Seid ihr? Ah, da. Hallo? Hallo? Ah, das war... Das war ins... Dankeschön. Au! Jetzt lasst mich doch mal hier. Du bist tot. Du auch. Tarek. Oje. Lass mich hier. Jesus. Hat mir hier denn... Keine Privatsphäre. Was ist das? Hey, what? Wie viele seid ihr denn? Lasst mich doch gerade mal heilen hier. In Ruhe. Bitte. So, ich glaube, ich bin weit genug weg. Einmal heilen. Okay. Na, jetzt seid ihr verwirrt, oder? Wo bin ich? Tja. Hier gibt's aber sicher noch mehr zu holen. Ich guck mich mal hier trotzdem um. Ich kann die Leute einfach alle töten. Wer kann, der kann. Wo ist er denn? Da. Hinter mir ist auch noch was. Ja, da kommt einer. Sieh mich nicht. Dankeschön. Sehr nett von dir. So. Na komm her. Na, trau dich. Du bist tot. Oje. Ah, der ist oben. Na komm. Na komm. Na komm. Au. Ich wollte. Ich wollte. Ich hab Dreieck gedrückt. Ich wollte hier. Genau so. Hallo. Na, was machst du jetzt? Hä? Direkt. Ei, ei, ei. So war das nicht geplant. Wo bist du? Da drüben ist er. Auf wegzulaufen. Du sollst mich doch angreifen und nicht von mir. Guten Tag. Au. So haben wir noch. Ja, da kommt noch einer. Na komm. Na putz. Guten Tag. Oh, da ist auch einer. Ich glaub du bist tot. Wo ist der nächste? Da. Ich renne hier einfach amok. Wo ist er? Wo ist er? Ah, ne Notiz. Zone aufgeben. Da hinten ist einer. Ich mach das jetzt hier auf. Ganz brutal hier. Ist tot. Wie viele von euch gibt's denn? Ihr vermehrt euch ja wie die Garnickel. Und ciao. Oh man. Na komm. Dankeschön. Oh, Molotow-Goktel. Ist er nett. Guten Tag. Was wollen sie denn von mir? Verprügel ich einfach alle. Absolut alle. Ich bin Superman. Ey, Batman trifft's eher. Ey, wie viele... Willst du mich verarschen? Spawnen die unendlich lang? Oder was geht hier ab? Guten Tag. Vielleicht bekommen wir hier von euch einfach Munition. Sonderlich schwer seid ihr ja nicht, ne? Bist du? Tot. Was haben wir hier? Einzelteile. Na, guck an. So. Einer ist noch da oben. Hier liegt doch mehr Zeug. Dankeschön. Gott sind das viele. Sehr unglaublich hier. Es sind halt immer noch vier mindestens. Und er kommt. Und er kommt. Nee. Nee. Offenbar nicht. Ah, ich weiß nicht. Soll ich raus? Soll ich? Guten Tag. Ich glaub, du bist tot. Was? Hör auf auf mich zu schießen. Du entarteter Irr. Ich kann mich nicht bewegen. In dieser Animation. Lass mich... Oh, Jesus. Na, wer will's wissen? Ich hab eine Waffe und ich weiß, wie man sie benutzt. Zumindest hab ich die Anleitung. Verdammt. Gelesen. Na komm. Wenn ich nur treffen würd. Ich bin zu blöd zum Zielen. So. Wie. Ja, dann hat er halt ne Waffe. Ist mir doch Latte. Mal Waffen wechseln. Dankeschön. Wo ist er? Einmal links und einmal... Ich seh keinen anderen. Na, bewegt euch doch, Leute. Sonst seh ich euch nicht. Da ist einer. Irgendwo. Da hockt er. Ich glaub, das ist der Letzte. Ich glaub, das ist der Letzte. Nee. Nee, da hinten. Oh, da. Lass mich hier durch. Hallo. So. Bist auch tot. Na komm. Jetzt lauf doch nicht weg. Au. Ich will doch nur spielen. Da haben wir sie jetzt endlich hier. Bitte, bitte, nicht töten mich, Mann. Bitte, lass mich gehen. Ja, bitte. Natürlich töte ich dich. Was soll der Blödsinn? Das. Entschuldigung? Savage Stirlight. Das Komete, ich habe gesehen. Was der Hero sagt, nach einer großen Krieg. Endurin survive. Ja. Okay. Den wir ja alle brutal abgeschlachtet haben. Vielleicht ist da draußen noch was, was ich... ...nicht gesehen habe. Hier vielleicht? Nee. Autos, mehr Autos. Auto mit der Pflanze drin. Oh, das ist doch nett. Ein Autobus. Kann ich da rein? Ist da vielleicht was drin? Nee? Nee. Gerade. Warte. Ach, hier liegt was. Was ist das? Alkohol. Okay, na dann geht's weiter. Ich weiß noch nicht mehr wohin. Also, wo lang? Wo geht's denn jetzt hier weiter? Hier hinten vielleicht? Einfach durch? Geradeaus? Nee? Ja? Vielleicht? Äh, kann nicht hier? Nope. Nope. Nee, nee. Ach, wo ging's denn hier nochmal raus, man? Ich weiß, es sind immer Flaschen, mehr Flaschen. Hier geht's wieder hoch. Ja. Ich weiß doch nicht mehr, wo ich hin muss. Ah, hier. Genau, hier. Perfekt. Was gibt's hier? Einmal ein kleines Häufchen gar nichts? Na dann. So. Hier angekommen. Gibt's hier versteckte Schätze? Nee. 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 Oi. Aha. Das hab ich noch nie bemerkt. Das hab ich noch nie bemerkt. Und die Leute, die ausrufen, sind sie diejenigen, die wir hier kämpfen haben? Das wäre mein Betracht. Das hab ich noch nie bemerkt, Tidil. Diese... ...gehängten. Ja, hier definitiv nicht weiter, dann da runter. Wahnsinn. Da sind wir hier. Mehr Banditen vielleicht? Natürlich mehr Banditen, was sonst? Es gibt mehr von ihnen.